Das ist Wahnsinnig, was da alles passiert. Und das ist ganz etwas Schwieriges und ganz etwas Seltenes, das zu filmen. Jetzt haben wir einen super Moment. Und genau hier läuft mir gerade der Wolf vor dem Auto durch. Nathalie, schau, ich schicke jetzt einen Silberschecken, fällt er zu dir. Siehst du, sofort kommt er zu. Der hat meine Stimme sofort verstanden. Ja, bei aller Ernsthaftigkeit von unseren Themen soll der Humor nicht zu kurz kommen. Ich muss sagen, wenn man hier sitzen darf und das geniessen darf, dann geht es ihm gut. Entdeckt die grossartige Vielfalt unserer Natur ganz nach. In der Natur mit Latour, die neue Sendung auf TeleBern.